Moin Moin aus dem Hanseartig. Jo, ich bin der Jörg Schmüser und ich betreibe das Hotel Hansartig jetzt seit elf Jahren erfolgreich mit meiner Frau zusammen. Davor hat es mein Vater 26 Jahre betrieben und die Familie Schmüser ist nun nachweislich seit 500 Jahren unterwegs in der Gastronomie. Ja, wir sind ein Garni-Hotel. Das heißt also, wir betreiben es so, dass wir nur Frühstück anbieten und das hat sich auch in 37 Jahren tatsächlich so bewahrt, das Ganze. Wir haben hier 13 Räume oder 13 Zimmer. Es teilt sich so auf, dass wir drei Einzelzimmer haben und zehn Doppelzimmer und wir eben halt von Mensch zu Mensch in den Service gehen für den Gast. Also wir sind ja unweit vom Holzentor entfernt und das ist ja das Wahrzeichen und es ist weltberühmt. Ja, und wir sind natürlich auch nicht unweit von der Ostsee, wo es ja auch sehr viele schöne Ecken gibt, die man von uns aus auch ganz schnell erreichen kann und dann auch dort das genießen kann an der Ostsee. Also ich möchte, dass der Gast, wenn er bei uns ist, eben halt merkt, dass er so ein bisschen nach Hause kommt und er also tatsächlich so aufgenommen wird, wie er ist und nicht irgendwie sich womöglich noch verstellen muss und ich ihn auch dann so behandle, wie er eben halt behandelt werden möchte. Wir vermieten ja nicht Zimmer, sondern wir geben ja auch ein Gefühl und das ist für mich auch das Wichtigste, dass sich die Menschen eben halt bei uns wohlfühlen, eine schöne Zeit verbringen und da will ich behilflich sein. Was treibt mich an, das Hotel zu betreiben? Die Gäste kommen ja aus der gesamten Welt hier zu uns zu Gast, bringen ja so ein Teil mit aus aller Herr- und Gotts Länder und die Geschichten, die sie dann auch erzählen können, ist so fantastisch. Und eigentlich braucht man gar nicht mehr in die Welt, weil die Welt ist bei uns im Haus. Das ist eben das Schöne an dem Modell, die Geschichten der Gäste. Das ist ebenso ein Teil mit der Gäste. Untertitelung des ZDF, 2020